Fernsehen ist was? Bewegt das Bild und bewegtes Bild regiert die Welt in der Zukunft. Ob das jetzt von riesigen Schirmen, wie zum Beispiel diese 4K-Schirme in bester Qualität, ob nicht eines Tages wird es auch holographisches Fernsehen geben, das wird sozusagen die höchste Form werden, weil das ist dann richtig dreidimensional, diese komischen Kunststücke, jetzt kann man vergessen, diese Form von 3D. Der Kirch hat ja damals auch gesagt, es ist das neue Fernsehen, digitale Fernsehen. Meine Antwort war, ja was heißt denn das, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Waren, also sagen wir Coca-Cola oder was immer, ins Geschäft bringe mit einem Elektro-Waren, ist es auch keine Elektro-Cola, sondern es ist eine ganz normale Coca-Cola, es bleibt dabei. Der Transportweg, ob analog oder digital, der macht ja nicht die Inhalte aus. Also der Fernsehen hat eine ganz große Zukunft, das ist die Zukunft eigentlich.